Mal gucken, dass wir die Klingenläufer wegkriegen und die Schar und die Klingenläufer da oben am besten auch. Hier machen wir dicht. Schon dabei! Ich schaue die Klingenläufer. Okay, so wie es aussieht hat der Rad nicht viel gebracht, die Untoten sind schon dicke, dicke auf dem Vormarsch. Herr der Ruhme? Auf geht's. Ja? Hier bin ich, schon auf dem Weg. Achtung! An die Arbeit. Was wünscht ihr hier entlang? Gebäude wurde errichtet. Wer entdeckt mich da? Sind doch beide tot. Oh. Problem ist alles, was die töten, gibt mir keine Erfahrungspunkte. Kein Problem! Gehen wir es an! Das war's. Also ja, hier kommt definitiv Stress von allen Seiten. Verteidigt euch! Vor allem wenn Shitwaffen kommen, wird es unschön. Schon dabei! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Vorsicht! Verteidigt euch! Ärmel hoch und los! Verstückt mit euch! So, dann können wir anfangen, dicht zu machen. Das ist das Wichtigste. Was wünscht ihr? Also ja, viel gebracht hat es jetzt nicht wirklich, dass wir... Verteidigt euch! Ja? Gehen wir es an! Ja, Paladine, für die sollten wir dann auch demnächst sorgen. Gebäude wurde errichtet. Zurück mit euch! Was wünscht ihr? Auf geht's! Vorsicht! Okay, der Berserker holt jetzt dann Truppen. Das ist nicht so schön. Ja, die Stadt wird angegriffen. An die Arbeit! Die Stadt wird belagert! Tja, kann sein, dass wir uns zurückziehen und nochmal von vorne anfangen müssen dann. Die Stadt wird angegriffen! Die Stadt wird angegriffen! Ja? Die Stadt wird angegriffen! Gehen wir es an! Zeit zu sterben! Gebäude wurde errichtet! Hier bin ich! Auf geht's! Okay, dann können wir uns jetzt mal um... Eisen, würde ich sagen. Ihr wollt euch unbedingt wieder mit den Sensenläufern hier anlegen, oder was? Was wünscht ihr? Schaut entlang! Ärmel hoch und los! Auf geht's! Zurück mit euch! Hier bin ich! Hier bin ich! Bin unterwegs! Die Stadt wird angegriffen! Ärmel hoch und los! Okay, ich glaube wir haben es doch langsam überstanden! Die Stadt wird angegriffen! So, ihr... ...errichtet mir noch eine Mine! An die Arbeit! Gebäude wurde errichtet. Gebäude wurde errichtet. Herr der Ruhne, kein Problem, hier bin ich. Schon auf dem Weg. Sollte ich mich auch langsam um die Nahrungskraft kümmern? Auf geht's! Ja? Und ein Tempel des Lichts. Schon dabei! Dann baue ich noch ein mittleres Haupthaus, dass ich die Rüstkammer überhaupt bauen kann. Vorsicht! Zeit zu sterben! Die Sensenläufer sind zum Glück wirklich nicht stark. Vorsicht! Die Sensenläufer sind zum Glück! Die Sensenläufer sind zum Glück! Ein Aria-Schrein, hierhin! Mittleres Haupthaus als nächstes! zurück mit euch gebäude wurde errichtet so aria schrein steht die stadt wird belagert ich glaube da komme ich eh nicht rechtzeitig an also immer hier unten und ja ich merke gerade wir sollten speichern denn ich überziehe schon ein gutes stück also speichern und dann sehen wir uns gleich wieder